Hallo, willkommen bei Miracle Whip. Oh, guckt euch, seht ihr das? So schnell, startest du gerade den Speedrun oder was? Das ist ein Menü, wenn ich jemals welches gesehen habe. Das sind die Strats. Oh, oh. Das kenne ich. Ich bin gelb. Wir müssen eine Reihe bilden. Wieso bin ich so anders als ihr? Müssen wir uns jetzt wirklich koordinieren? Wieso bin ich so anders? Oh, das gefällt mir. Ich will hier rein. Ja, du musst da ganz rüber. Am besten. Oder so. Oh, Maeve, pass mal auf. Nein, das ist Johnny. Oh, eine Reihe. Ich habe eine Reihe gemacht. Man kann das beschleunigen. Oh, man kann so beschleunigen. Nicht, wenn man so eine Trantüte ist wie du. Vorsicht. Lass mal einen Tetris bauen und nicht hier mal die erstbeste Linie wegmachen. Ach, Johnny, du bist so ein Langweiler. Im Gegenteil. Doch. Ups. Nein, ich denke, Fully ist der Scheiß auf der Spur. Ja, Fully, sehr gut. Ja. Ich hätte gerne einen Würfel. Das habe ich gemacht, um zu protestieren. Ich sehe schon. Oh, es wird schneller. Wie sehr haben wir den Würfel? Wer hat da eine Lücke gemacht? Das war ich, um Johnny zu zeigen, dass er kein doofer Langweiler sein soll. Dafür kennt er mich. Hart aber gerecht. Ja. Ich dachte, wir wollen zur Lücke vielleicht wieder runter. So haben wir es gemein. Oh, jetzt wird die Lücke geschlossen. Ich muss noch mehr Linien wegmachen. Noch eins. Wer ist grün? Ich. Ich bin dafür, dass wir Fully von diesem Spiel disqualifizieren. Gehe ich mit. Okay. Das Spiel auch. Tschüss. Hat doch alles geklappt. Was, worüber er euch aufregt, ey. Mal gucken. Oh, Pong kommt bestimmt auch noch. Oh, ich hoffe. Ich bin ein Profi. Pong. Pong ist so ein overusedes. Breakout ist spaßig. Pong ist so ein overusedes Videospiel-Klischee. Breakout. Heißt das Breakout? Breakout. Ich mag wirklich, dass unser... Ich finde, die Helme sind aus Mega Man, oder? Ja. Danke. Es gab da mal eine Videospielreihe von so Fangames, wo man diesen Gegner aus Merman gespielt hat. Waren auf der Screen-Fund drauf. Die hieß eine Hardhead. Uh. Das gefällt mir hier, von so weiter oben zu spielen. Warum sind wir alle zu dem einen? Oh mein Gott. Pony, du musst dich schon erwischen. Das war echt nicht so clever. Ich mag es nicht, dass Johnny auf mir rumsteht. So besser? So besser? Ah, okay. Hey. Du denkst, du stehst über mir. Ja. Oh, das letzte Teil habe ich schon mit einem Fest. Mmh. Ja. Ah, shit. Mmh. Das ist hier fast wie das DVD-Logo. Oh, deswegen mache ich diese Spiele nicht. Schenk, du magst das. Komm schon, das ist eine Vorlage. Ich mag es mehr als Pong. Der Traumpass verkackert. Das ist alles eine Vorlage. Ich verkackle. Danke, Mocki. Guck mal, Mocki schrickt auf meinen Kopf. Ach, Gott, schon. Dieses jetzt, jetzt gerade hoch. Oder? Ja. Das ist super. Das ist sehr gut. Das ist gut. Ja. Schau, Christian, aber der wird effektiv. Der kommt gleich einfach zum Schwerpunkt. Der ist einfach Effizienz. Ja, komm schon. Yeah. Oh, und jetzt noch den anderen, den roten. Das wird klappen. Moment. Ja, das schafft er, oder? Ja, das wird er auf jeden Fall. Yes. Let's go. Mocki, die Maschine. Komm schon. Ja, für die gerade Feinarbeit. Mit dem Hit hätte man alles geholt. Habt wir auch. Das waren vier Stück. Okay, was ist es als nächstes? Pong? Pong. Pock. Oh, hä? Nochmals. Heel aus. Hä? Ich konnte nicht drehen. Uli, du bist so widerlich. Ich konnte nicht drehen. Natürlich nicht. Keine Sorge mehr, ich hole das Ding. Ah, Maeve, mach's selber. Oh nein, ich bin gut. Oh, Perfette ist alles gut. Alles gut, alles gut. Oh, du hast es geschafft. Perfekt. Bist du gut. Pass mal auf. Ich kenn meinen Tetris. Boom. Ich nicht. Ich sollte mein Tetris-Effekt spielen. Ich habe richtige Videospiele gespielt. Zum Beispiel. Klingt am Farz. Tetris. Äh, Maeve? Ja? Äh, Maeve? Scheiße. Ja, ja. Hä? Was ist denn los? Maeve, ich bin nicht begeistert davon. Du rissst doch orange, oder? Ja, er ist Maeve. Auch wenn er jetzt gerade ein bisschen zu ver... Ich wollte da in die Ecke rein. Ich kriege die ganze Zeit diese scheiß Ecken hier. Ja, ja, das schaffen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, Maeve hat mich zugebaut. Ich glaube, Johnny hat Moggi sauber sabotiert. Voll, ich kriege die ganze Zeit gerade schlecht. Er hat einfach einen Deckel drauf gemacht. Ja, ich wollte da eigentlich helfen, aber er hat die Drehung nicht mehr angenommen. Dreh doch! Oh mein Gott! So, schön. Klappe zu, Affe tot. Ich kriege jedes Mal so Panik, wenn er meine Inputs nicht erkennt. Das ist uns aufgefallen. Zurecht. Ich hätte dann auch Panik. Ich nicht. Okay. Denn meine Inputs wurden bisher nicht verschlungen, deswegen. Ich weiß ja nicht, wo man welches Spiel hier spielt. Oh, diesmal machen wir das souverän. Hm. Sehr gut. Oh oh. Vorsicht, Bench! Okay, ich klapp hier. Es wird wieder ein bisschen chaotischer. Oh, stark! Nein, 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 alles unterkommt. Nur einen noch. Und wir haben gewonnen! Easy. Simpel. Johnny? Ich wollte noch mal kurz frische Luft. Johnny ist doch nicht bereit. Noch mal kurz rauslinsen. Kommt ihr dann auch gleich, oder? Jetzt noch mal Breakout. Jungs, kommt ihr noch? Oh. Kommt rein, könnt ihr rausgucken. Das ist enttäuschend. Warte mal, ich mach einfach nur so. Meiner wird einfach gerade bleiben. Aber vielleicht wollen wir ja gar keinen gerade haben, sondern so einen, wie Mogi vorhin gemacht hat. Ja, aber... Der würde uns dazu nichts bringen. Oh Gott, das Powerpub hat sich schneller gemacht. Ja. Ja, perfekt. So einer ist gut. Äh, okay. Was mit dir passiert? Der, der pinkt sich ein bisschen fest. Den haben wir irgendwie ganz komisch gefangen aus Versehen. Stark. Bitte nicht, bitte nicht. Oh ja, nice. Das ist einfach ein Moggies Signature-Move. Er kann das und das war's. Das ist ein Moggie-Ball. Ich dachte, Mayf hat den eigentlich... Okay. Ich glaubte ja auch nicht, dass ich den gekickt habe. Nein, aber... Ich mach Komplimente. Aber... Oh, das ist ja Ultimative. Von wem ist dieser Ball? Aber er heißt nach dir halt. Wer ist dieser Spieler? Der wird alles abräumen, ohne bei uns zu landen. Wer ist dieser Spieler? Oh mein Gott. Ich wünschte, ich wäre dieser Ball. Er hat mehr erreicht als ich. Vorsicht, den dürfen wir auf keinen Fall fallen lassen. Okay. Fully! Ich hab's noch versucht. Das ist zumindest das erste Mal gewesen, ich verloren hab, okay? Nein, die haben wir mal aufwechsen. Aber wir hätten auch vielleicht Bilder einfach aufheben können. Wie sollen denn die... Also wenn drei Welle schon wechseln, Fully. Dann hast du auch drei Fallen lassen potenziell. Nein. Ja doch. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das die anderen schon machen. Ich mach die ganze Zeit. Das ist jetzt schön gerade. Ich weiß nicht, was du erzählst. Ich hör einfach Johnny nicht zu. Mogi findet das sehr lustig. Oh mein Gott, wir haben die Auspuffzeige einfach... Oh mein Gott, wir sind jetzt hier... Oh mein Gott, wir sind jetzt hier... Was ist denn, was ist denn mit diesen Auspuff... Was ist denn, was ist denn mit diesen Auspuff... Warte, ist das gut, ihn nicht zu treffen? Ja. Erst dann wird's schnell. Steh. Rein da! Ich weiß nicht, ob die Bälle... Zwei Bälle übrigen. Ja. Und ich hab meinen nicht verloren. Das war schön als zwei Getro Games. Das wäre nett, wenn sie mehr als zwei gehabt hätten. Ja, wenn es ja auch in Küche schien in Sachen gewesen wäre, wenn wir nicht gewesen wären. Und jetzt haben wir mehr Bälle. Aber... Wow. Oh, ich dachte schon. Wir müssen die Vase erheißen, aber wir müssen... Okay. Wir müssen genau... Ah. Drüber springern. Wir brauchen nicht auf Köpfen sein, das bringt nicht viel. Oh. Der Maeve. Der Fully. Der Maeve. Der Fully. Guck einfach nur auf den Ball, nicht auf die anderen. Maeve. Maeve, guck nur auf den Ball, nicht auf die anderen. Okay, gut. Der Fully. Oh, ja, mit schneller. Was ist denn das zu schnell? Aua. Der Fully. Das hast du. Das hast du. Der Boogie. Oh, der Maeve. Es ist voll gut, hinten zu stehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich verstehe übrigens nicht, wie der Ping hier funktioniert. Ich auch nicht. Man springt einfach und manchmal sieht es richtig aus. Mein Gott, Johnny, mach doch mal die Tür auf. Johnny, mach doch mal die Tür. Bist du schon unterwegs? Ja. Ich war geduldig. Der Moogie musste die Tür aufmachen, du wolltest es ja nicht. Ich habe mich nicht mal beschwert. Das war auch für dich zu beschweren. Lass es sein. Das ist ein echt schlechtes Spiel. Ich hasse den, der es vorgeschlagen hat. Oh. Junge, das ist so lustig. Das ist so cool, wollte ich sein. Und schon, wenn du es verkackt. Und nochmal. Brauchst du überhaupt vier Spieler dafür? Nein. Ich denke, das ist ein zweiter sinnvoller. Okay, ihr macht das. Mhm. Ach, zu spät. Das war schon zu viel Speed. Selber Speed. Zu früh. Oh, das ist viel zu viel. Oder? Nein, nein, nein. Das geht. Das ist gut. Sobald er über die Mitte ist, einfach. Ist jetzt schon direkt da drüber springen? Damit die ein bisschen, äh, um die gerade zu kommen. Ja. Pfff. 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 Du kannst sie dann ein bisschen springen lassen, quasi, auf der Zaunkhör. Damit du Candy nochmal kurz draufomeschlagen. Sobald er über die Hälfte ist, können wir einfach tauschen. So, jetzt. Okay. Jetzt einfach dasselbe nochmal, gell, следующum. Komm mal mitra Шafi. Damit wir mit mehr Kraft, ja, rüberspringen. Nä. Mmmh. Klappt das wirklich? Weiß ich nicht. Wie sollen wir dem denn genau so viel Schwung geben? Ja, das war zu spät. Wäre auch cool, wenn man es so machen könnte. Ja, ich habe doch kurz überlegt. Aber das sieht unmöglich aus. Das war auch wieder zu spät. Nein. Nee, nee. Das passt. So, pass auf, wir müssen dann, äh, Fully willst du mit mir, äh, da links, äh, drauf springen gleich? Ja. Oh, oh, Entschuldigung. Nein, nein. Was sollte das denn jetzt? Ich habe nicht über den Haar gedacht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Anlauf. Oh, das ist es vielleicht sogar wirklich. Uiuiui. Alles unter Kontrolle. Okay, und wir beide jetzt? Oh, der wird nicht schnell genug, oder? Shit. Ich glaube, wir müssen ganz durchdrücken, damit er, vielleicht muss man rechts auch ganz durchdrücken, damit er mehr Geschwindigkeit aufnimmt. Ach so, ja. Naja, naja. Du kannst auch mal, mal du mal, Fully. Nee, ich versuch's mal. Oder er muss einfach nur die gesamte... Die Springerrechnung, du willst auch schon. ...Blenkraft mitnehmen. Ihr müsst auch... Oh, fuck, ich war noch ganz leicht drauf, sorry. Der ist doch immer gar nicht drauf. Das war das größte Problem. Nee, ich habe überlegt, wie wir es machen, weil ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass wir wissen, wie es geht. Ja, ich komme durch, wenn wir die noch mit rauf, dann haben wir mehr Power. Okay. Ja, ich würde sagen, wir versuchen erst mal, das mit mehr Schwung. Jungs? Oder wir wieder tauschen, wenn es zu kompliziert für dich ist. Ich verstehe es nicht, okay. Wenn Jodie runterspringt, springst du rauf. Okay. Und wenn du bei der Hälfte springst, springst du runter. Jetzt springst du runter. Jetzt komm ich gleich nach, ne? Jetzt. Okay, das könnte sogar passen, oder? Und jetzt springt ihr runter. Yes! Oh! Ich dachte, er hat zu früh berührt. Das war eine Reaktion. Er lebt noch eine Sekunde, zum Glück. Schönes Ding, Jungs. Das Runde muss ins Eckige. Gute Arbeit. Trinkenseck, vielleicht. Ich dachte, wir hätten es hinter uns. Ne, wir sind noch Reaktion zu. Verdammt. Ist gemein, dass wir auch die Dinger unter uns wegmachen müssen. Ja, wir müssen das einfach zulassen, aber manchmal auch nicht. Bitte? Stell dich an die Lücken, dann kann nicht viel passieren. Genau. Ich mag es nicht, dass Fully die große Lücke hat. MET! Einfach ausgewichen. Wer ist denn der Langsame? Hallo, tschüss. Der ist einfach weg. Oh, das ist mein Langsamer. Oh, der kommt zurück. Die kommen alle zurück. Muss der genau auf MET landen? Vielleicht ist das Level auch viel größer. Ja, ich glaube schon. Oh Gott, oh Gott. Alles gut. Wie kriegen wir denn die Blauen hier jetzt noch weg? Was ist, wenn wir uns nur Plattformen bauen müssen? Ja. Oh ja, müssen wir. Oh, und jetzt. Okay, wir haben noch einen übrig. Wir haben noch einen übrig. Nimm! Achso, Meph kommt gar nicht mit. Wir müssen die... Ja, perfekt. Ja. Nein! Ja. Oh. Das darf nicht stimmen. Hey, Moment. Achso, das Schwert ist selbst gemerkt. Wir müssen also nach rechts einfach nur rüber. Ja, genau. Ich dachte auch, wir müssen hier unten alles clearen. Wie sagt die dem gar nicht? Das sagten wir alle. Stimmt, wir sollten ja einfach da lassen. Oh, ich habe alle vernichtet. Los geht's. Da schläfst du auch noch gar nicht frei zu beginnen. Nö. Ich will ja... Aber wir haben einen übrig. Cool. Wir haben es überhaupt nicht geschafft. Oder starte neu. Nein, alles gut. Der kommt nochmal wieder. Okay, jetzt ist es vorbei. Nein, nein, der kommt nochmal hier hin. Siehst du? Okay. Du kannst doch rüber springen, Fully, wenn du... Er ist doch olle Zuverlässige. Das ist doch bescheuert. Das dauert so lange jetzt. Oh, oh, wobei... Nein! Ah, schade. Okay, wir lassen sie... Du hast sie mit dem Boot gestopft. Wir lassen uns welche übrig. Ja. Okay. Alles gut. So. Wir müssen unbedingt den grünen hier wegmachen. Oh Gott, oh Gott! Nein! Nein, Jungs! Nein! Wir können doch noch raus. Wir können doch raus. Wie geht man raus? Hört auf, da alle reinzugehen. Wie geht man raus aus der Tür? Wir schaffen es nicht mehr. Es ist vorbei. Wollen wir nach unten drücken? Ja, wegen dem wir einfach zwei rüberspringen. Einer bleibt in der Tür. Und dann? Ja, was machen wir dann? Ja, ja, stimmt. Dabei war ich so optim... Dabei war ich so euphorisch, wie ich mit dem Ball durchgestürmt bin. Mit meiner Hand. Wie kommt man hier raus? Ich kann hier nicht raus. Wieso bleibt da jemand in der Tür? Man bewegt sich einfach. Okay. Geh du, Johnny. Lass uns gucken, ob hier noch einer ist. Ja, der müsste noch einer sein, oder? Nee. Okay. Wir müssen uns hochglitschen. Bringt auf mir. Los. Hopio hochglitschen. Wir müssen uns echt glitschen. Ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Soll ich retry drücken? Ja. Wir können auch so lange hüpfen, bis wir Glitsch auslösen. Das war so sad. Okay. Lass sie nicht auf den Boden kommen. Ja, er ist schon weg. Ja, wer hat einen erwischt? Oh shit. Oh Gott. Nein, wir haben es nicht. Nein. Mann, nein. Warum habt ihr ihn überhaupt noch mal hingemacht? Ich weiß nicht. Ich bin gerade so sauer. Es tut mir leid. Ich habe dann gemerkt, dass das... Ja, weil wir hatten es. Johnny ist immer so negativ in seiner Einstellung. Ja, stimmt immer. Oh Gott. Die Spieltester haben es einfach nicht hingekriegt. Diese Spieltester wieder. Warte, wir haben noch... Nein. Oh, dieses Level ist echt ermüdend. Okay, wir lassen einen übrig. Wir lassen die drei übrig. Die zwei meinst du? Okay, ein. Okay, drei, was? Okay, einen. Oh, der war gut. Oh, nein. Nein, der ist nicht gut. Der darf nie so gehen. Oh Gott. Das ist wie er so bei Tenet spielt und du mit ihm zwischen die Beine schlägst. Ja, es tut mir auch leid. Oh Gott. Ich hatte gerade... Nein, das muss er doch machen. Das kallt er doch auf den Boden ab. Können wir bitte mal weiter nach rechts rüber, damit der Ball nicht runterfällt versehentlich? Ja, so. Ein bisschen gut aufgeteilt. Kopf an Kopf. Das ist schwierig. Ich habe Angst. Oh nein. 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 Oh mein fucking Gott. Wie soll man denn die Bälle dann... Wie soll man denn Bälle so seitwärts spielen, dass die dann nicht auf den Boden fallen? Das ist voll schwierig. Naja, du machst einen... Jetzt sind alle wieder draußen. Einen haben wir doch auf Reserve, oder? Nein. Nein, nein. Ich weiß es nicht. Wir haben keine auf Reserve. Ich weiß es nicht. Steht ihr, was ich meine? Das hier ist einfach... Ich denke, was du meinst. So, der trifft. Sehr gut. Müssen wir nicht nur eine Lücke da jetzt reinkriegen, oder passen wir da echt nicht durch? Ich probier's. Nein! Ja, siehst du, wir hatten es vorhin. Was ist denn das Problem? Reicht. Wir haben ja jetzt eine Treppe, aber beim letzten Mal hatten wir keine. Tut mir leid, das ist... Das weißt du, ich habe nicht... Ich habe... Ja, mach das mal. Ich habe nicht ewig Zeit. Yeah! Mogi! Yeah! Okay. Nice. Geh bitte weg. Okay. Nein! Nein! Okay. Oh mein fucking Gott, das Level setzt uns zurück, wenn der letzte Ball weg ist. Ich gehe. Wir müssen einen übrig lassen. Der braucht noch ein bisschen. Wow, der kommt sogar nochmal zurück. Der kommt wieder. Der kommt nochmal zurück. Ist das so? Können wir ihm jetzt nicht einfach nur ausweichen und er macht da hinten eh alle weg? Geh mal nach da? Geh mal nach da? Das ist doch so ein Gewinnerball. Oh, 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 oh. Der fällt nach unten. Der fällt... Nein! Der kommt locker noch wieder zurück. Okay. Aber jetzt sollten wir langsam, oder? Ja. Habe ich noch. Ja, ja, Moment. Ja, vor allem nicht nach unten. Das ist das Schwierige. Der kommt wieder. Na, okay. Das hätten wir schon viel eher so machen können, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, aber welche, die so abhauen, die sind halt wirklich sehr sicher wieder da. Aber der nicht, oder? Na, ich weiß nicht, ob der wieder kommt. Oh, der kommt nicht mehr wieder. Oh, fuck. Ich habe mich so verschätzt bei dem. Okay. Lauf. Der kommt wieder. Ich will nicht mehr Ball spielen, Jungs. Ich auch nicht. Nein, wollen wir alle nicht. Niemand will mehr Ball spielen. Wir meinten noch, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, die nächsten Level. Das ist ja nicht mein Schwer. Das wäre einfach nur dämlich. Dieses hier sprengt alles. Der kommt wieder. Oh, nee. Der kommt nicht wieder. Oh, nee, der kommt gar nicht wieder. Doch. Alles gut. Alles gut. Oh, nee. Schnell, 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 schnell. Boah, ist das ein Scheiß. War es meine Schuld? Ich glaube schon. Bisschen, aber die Ballstelle ist halt auch. Ich wollte den da halt durchkriegen. Und dann stirbt er wieder. Wir wollen vor allem den letzten halt lassen, damit das Level nicht aufhört, denke ich mal. Ja. Das geht auch, Mogi. Okay, nice, Jungs. Vorsicht, Mogi, lauf mal ein bisschen. Längs. Oh, Gott. Der kommt zurück. Der andere kommt zurück. Der andere kommt wieder. Oh, yes, yes. Nein. Gott. Der kommt wieder. Der kommt auch ein paar Mal wieder. Oh, Gott. Der ist fast gerade. Der wird so weit oben zurück. Machen wir erst mal mit. Der verliert nichts an Höhe. Alle auf die unterste Ebene, würde ich sagen. Damit wir eben nicht im Weg stehen. Yeah. Okay. Oh, Videospiele. Wann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir was ändern? Wenn das diese Idle-Spiele verändern. Wenn er den blauen da, wenn er den blauen da, wenn er den blauen da rechts weg gemacht hat, können wir zum Ziel. Oh, ja, dann haben wir's. Und dann noch einen auf Reserve. Müssen wir nichts mehr machen. Und lasst bitte Fully jetzt erstes durchgehen. Zwei Reserve-Magazine. Fully hat den Schlüssel. Oh, ja. Fully hat immer den Schlüssel. Ich will jetzt auch mal vorne sitzen. Dann hol den dir. Okay. Gut so. Fein. Ich mag's, wie wir uns nicht anschauen. Oh, da ist er. Yes. Okay, let's go. Ja, komm doch jetzt. Oh mein Gott, mein Controller hat sich nicht bewegt. Oh mein Gott. Aber wir haben ja noch einen übrig. Ist egal, wir haben noch einen übrig. Der kommt wieder. Kommt der nochmal wieder? Oh, das war Level 3 von dir? Das war nicht mehr das Letzte. Ja, aber das war nicht alles so. Okay, okay. Und das wird spaßig. Ich weiß nicht. Ah, ja. Es wird spaßig und schwierig. Ja, bleib so, Mogi. Ja, aber wir müssen springen. Achso, okay. Wir müssen springen. Naja, also Mogi, spring mal. Bei mir bounce ja schon ziemlich hoch. Ja, bei mir bounce. Nee, könnte ich einfach nichts machen und dann denken, dass es an uns liegt. Ich denke nicht, dass an euch. Er hat doch niemand gesagt. Oh, das klappt gut. Ja, gut. Ich mag es, dass man die nicht mal mehr springen sieht. Ah, schade. Nice. Oh, mein Fehler. Also ihr könnt ihn auch ruhig ein bisschen transportieren, wenn ihr wollt. Okay, bleibt das stehen. Wir können ihn am Anfang kaum transportieren, weil er halt so weit springt. Ja, das kann sein. Oh, ich sehe ihn halt kaum. Das kriegen wir auch hin. Naja. Und wo ist er hin? Ach. Hier müssen, äh, Melf muss ein bisschen tragen und ja. Oh, okay. Also im Idealfall, wenn ich zum ersten Mal berührt muss, du springen. Alter. Ruhig ein bisschen früher springen. Aber im ersten Mal muss ich auch so spät springen, oder? Du musst quasi ihn, äh, wenn du so hoch bist, wie du sein kannst, erwischen. Äh. Also ihm quasi entgegenkommen. Nicht erst dann, wenn, äh, dich beru... Oh, komm schon. Vor allem ist einfach, dass ich nicht so schnell laufe, dann. Vielleicht ist das doch nicht so spaßig. Naja, ich... Ich hab das Gefühl, ihr müsstet auch euch bewegen, aber wahrscheinlich nicht. Naja, wär schon nett, wenn ich nicht alles... Wir können mal, äh, tauschen, wenn ihr wollt. Ah, ich... Ich wollte gerade mal nach links. Oh, die, äh, die schwierigste Rolle darf ich übernehmen. Okay. Wolltest du doch, oder? Ja. Okay, man muss sagen, Mogi hat das wirklich gut gemacht da hinten. Das ist nicht so schwer, man muss einfach nur im richtigen Timing springen. Ja, aber macht Malfe halt nicht. Nee, das schafft nicht so. Das ist erstmal ein Fully. Ja, okay. Naja, hat Malfe halt einfach nichts gemacht, das hat geklappt. Doch, doch, ich mach was. Ja, stark. Nein! Habt ihr's? Man muss halt so spät wie möglich A drücken. Nein, du musst viel früher drücken. Du musst dir mal entgegenspringen, quasi. Okay, ich versuch's. Ja. Mogi schafft es zweimal, ich glaub an ihn. Nein! Ich muss mal vermerken, wo er bei mir ankommt. Schade. Nave, du musst dich an sich nicht bewegen. Die ersten beiden, äh, bleiben da, wo sie sind. Ja. Ah, komm, schau. Das ist... Der rennt zu langsam. Ich hab's Gefühl, der drückt zu spät. Los, Johnny! Nein, was? Als ob der nicht gezielt hat. Oh, oh. Ich hab's Gefühl, wir können ihn echt lange balancieren eigentlich. Der darf halt sich... Der darf sein Momentum nicht aufgeben. Ja. Du stehst definitiv zu weit rechts. Oh, was? Ich? Ja. Okay. Wenn ich ihn zweimal abbauen, zu dann ist er, äh... Ja, ich muss es jetzt auch noch genau reinmachen, ist das fiese. Oh. Habt ihr's gesehen? Nö. Nö. Nö, ich guck nicht. Ich guck nicht, ich guck nicht darauf, was er macht. Ich versuch einfach nur mein Timing hinzukriegen und dich zu verkacken. Aber du musst doch gucken, wo der Ball ist. Also... Damit du siehst, wann's wieder von vorn losgeht. Nö, ich achte einfach nur auf die Kanone. Okay. Puli ist richtig... Richtig hat den, äh... Tunnelblick. Ja, genau. Yes! Nice! Hast du's geschafft? Puli war so sehr auf die Kanone kurz. Puli kommt immer noch. Ich verstehe das nicht. Puli, jetzt hat die Tür auf, bitte. Okay. Jetzt wird das Level so von automatisch neu gestartet. Puli hat so oft den Ball auf den Kopf bekommen, der kann nicht mehr nachdenken. Oh, wir haben Ballpark geschafft! World Record. Der Ballpark, er war nicht so spaßig, wie er klang. Nicht mal fast. Ein Ballpark klingt doch nicht so spaßig, wie gesagt. Ein ekliges Bällebad. Okay, Maeve, let's go. Mach mal. Ja, mach mal. Oh, dann lehnen wir uns zurück und kritisieren. Jetzt mach doch mal richtig, Maeve! Spring doch, oh mein Gott, das ist so ne Planate. Gib mir jetzt den Controller. Ich kann sowas nicht anschauen. Oh, shit. Wie cool. Ich hab' ich nicht gehört, wie Moggi sich so nach vorne so Arsche den Controller gegriffen hat. Kannst du da springen? Nein. Du musst auf den linken Karten. Wie machen wir das dann? Ich glaube, er muss auf den ganz linken. Auf den ganz linken Schalter. Der ganz linke. Der ganz linke. Der linken Schalter. Okay, weißt du. Achso! Ich glaub, Puglern hat wirklich einen zu doll auf den Kopf genommen. Ah, jetzt steh ich. Okay. Du kannst auf zwei gleichzeitig. Oh Gott. Auf zwei gleichzeitig. Oh Gott. Wow. Okay. Yeah. Das war klar. Moggi, tu es, Moggi, tu. Oh mein Gott, jetzt kam Maeve Jocker. Hä, was machst du denn? Maeve, gib mir den Controller. Hä, warum musstest du neu gestorben, wenn ich sterbe? Johnny, wir machen das, komm. Ja, stimmt. Aber dann wegst du die Teams durch. Oh nein. Das heißt, ich bekomme den ollen Maeve. Wenn ich einmal sterbe, dann... Ne, mach die Schalter, Maeve. Den ollen Maeve. Nicht so einfach. Das ist aber ein cooles Level. Pass auf, bleib auf dem stehen, okay? Ja. Oh Gott. Yeah. Komm schon. Okay. Oh, der Host. Yeah. Mit dem niedrigen Ping. Oh. Ich hab Angst, ich hab Angst. Achso, ich muss gar nicht mehr spielen. Pass auf, ich mach mich so groß, dass ich beide Schalter aktivieren kann. Mhm. Ah. Ich hab grad überlegt, wofür ich das bin. Oh mein Gott, er ist so groß. Aber ich muss den Schlüssel mitnehmen, ne? Ich denke, dahinter ist noch was, was du... Der ist ein Schalter. Okay. Musst du dich schrumpfen? Achso, das sorgt nur dafür, dass hier so eine Stufe ist. Das heißt... Ein bisschen kleiner musst du die Schuhe machen wahrscheinlich. Schaffst du das zeitlich? Klar. Ich bin schnell unterwegs. Sehr gut. Du hast auch nicht ausprobiert, ob du als Großer durch die Tür kannst. Deswegen gibt's wahrscheinlich einen Kleiner machen. Ich kann auch nicht zur Tür als Großer. Also, wenn es da den Kleiner machen-Button gibt, dann gibt's wahrscheinlich nicht. Ja. Ein Kleiner-Mach-Button lässt mich auf jeden Fall glauben, dass es irgendwo ein größer Mach-Button gibt. Oh nein. Maeve, komm. Ich mach Räuberleiter. Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster. Hey. Oh, cool. Danke. Äh, was ist hier die Lösung? Ich springe. Springen. Das ist nicht die Lösung. Ihr rennt runter und der eine springt im Flug ab. Oh yeah, du bist ja. Hau, 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 hau. Oh Gott, warte, die Steuerung ist sehr seltsam. Du bist Yoshi. Ich bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Das ist okay, ich hab keinen Ping. Ja gut. Ja, sollst du aber trotzdem, müsste man nicht abspringen. Ja, ja. Ne. Oh. Brrrr. Wie sagst du, wenn das Mario Maker Level wäre, ich würde dem direkt 50.000 Sterne geben. Okay. Was macht ihr denn da? Okay. Einer muss auf den Block. Einer muss auf den Link. Genau. Und jetzt auf den Kopf. Oh, jetzt auf den Kopf. Ich war ja nur. Oh, jetzt einer auf den Kopf. Äh, Dreieck hoch. PlayStation-Button. Achso, das ist wie so ein, okay. Ich glaube, du musst links. Aber du musst, du musst ja bei einer Streik. Ja, wir müssen das Gleiche machen. Oh nein, wir müssen den, wenn der Pfeil da oben ist. Wir müssen einfach nur das Gleiche machen. Nein, wenn der Pfeil da oben ist. Achso. Keine Ahnung, was ist das Dreik? Du hast das Dreik erwischt, glaube ich. Ja, aber ich, fast. Hä? Schaut euch die beiden an. Okay. Ich spring zuerst, okay? Achso, das ändert es nicht, wenn man der eine schon gesprungen ist. Ja. Okay. Wenn wir doch auf euren Block gucken. Nur auf euren Block. Ja, hab ich. Oh, shit. Habe ich ja eben, aber als wir dann gesprungen sind, war es irgendwie verändert, das Timing. Sei dein Block. Oh ja, es ändert sich. Okay, passt auf, ich spring als nächstes wieder. Das heißt, ich brauche noch nicht auf meinen Block gucken, außer jetzt. Ja. Nach dem Kreuz. Sei dein Block. Okay. Oh, das ist schnell. Aber es gibt nur zwei. Sehr schön. Den kriegen wir auch schon wieder noch weiter. Nach dem Dreieck. Keine Zeit mehr für den Schwachsinn. Tschüss. Oh, ich dachte, vielleicht werde ich zerquetscht. Ja, ich hatte auch kurz Angst. Ich wollte es aber irgendwie auch sehen. Ich mag gerade das mit den zwei Spielen abwechseln sehr. Ich wünsche dir jetzt die zwei Welt mitgemacht. Das ist irgendwie ganz cool, ja. Hey Maeve. Ist das dumm? Mach doch mal das Licht. Jetzt mach doch. Ihr seid doch. Hallo, mach doch mal. Jetzt mach doch mal das Licht. Der Lichtschalter Kartoffelten. Kartoffelten. Ich kann nicht nach links. Lichtschalter. Guck mal, wir haben das so schnell geschafft. Guckt euch die beiden an. Spring auf mich. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Spring nach rechts weiter. Hey, hört auf damit. Das ist eine Lücke. Also hier ist eine Lücke auf jeden Fall. Da musst du drüber springern. Achso. Hä? Hier ist keine Lücke. Ich kann hier nicht springen. Kannst du nach rechts rüber? Oh, man kann hier springen. Das ist ein Fahrstuhl. Hier ist ein Knackform, ja. Achso. Ist das vielleicht das erste Level irgendwie? Nein, viel Spaß, Jungs. Viel Spaß. Ihr macht das schon. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, dann. Jetzt kann ich mich bewegen. Super. Fully war rausgetappt. Fully war rausgetappt. Das ist mir nämlich vorhin auch passiert. Fully war kurz auf Twitter. Der Fully hat Schmuddel-Videos geschaut. Dieser Fully. Vor allem, ich sage, dass du auch wohl nicht vorhin rausgetappt war. Jetzt mach das mal, Jungs. Wir machen das schon. Machen wir. Ja. Da. Äh. Johnny. Wo bin ich? Das da. Muss da hin. Geh mal hoch. Wie hoch. Warte. Ist da vielleicht der Zweierplattform? Passt auf, wir müssen beide über der Tür sein. Gut, das Level bei uns am Ende. Und dann fährt die Plattform hoch. Ah. Oder runter. Je nachdem. Oh, sehr gut. Ah, das war das Level. Jetzt ergibt das Sinn. Warum habe ich mir nicht im Inneren so eine Karte davon gemacht? In meinem Kopf. Hast du nicht? Nein. Naja, sie war bei mir nicht gut. Sie sah bei mir anders aus, auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Oh, nochmal. Tschüss. Tja. Oh, na. Oh, Gott. Oh, nein. Das macht doch mal richtig, Johnny. Mein Gott. Mann, Johnny. Tappst du schon wieder raus, oder was? Ja. Was? Komm, ich nicht. Da ist ein Loch. Pass doch auf, Mensch. Das sieht man doch. Viel Spaß. Okay, warte, warte, warte. Da hat sich schon wieder Mineralwasser gemacht. Ja, ja, ja. Gemixt. Ja, 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 ja. Warum kann ich nicht? Hier ist ein Block und dann rüber springen. Okay. Da müsst ihr wahrscheinlich zum Zweiten sein. Ich glaube, nach links springen. Okay. Ich habe keinen Plan, wie dieses Level aussehen soll. Schau mal, wie bist du da hingekommen? Okay. Ich weiß auch nicht. Aber wir schieben. Uh. Ja, findet den Rest mal raus. Ja. Oh, das war nicht so schwer. Wir haben es geschafft. Zum Glück müsst ihr den Rest noch weiterhin machen. Ja, ihr müsst doch da oben jetzt. Schaut euch die Idioten an, ey. Hä, wir haben bisher alles richtig gemacht. Was wollt ihr vor. Ähm. Ja, was? Oh, der Mogi. Der hat es fast. Eventuell. Wie können wir vorhin hoch? Hier rüber? Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ja. Warte, warte, warte. Shit. Alles gut, ich warte. Das geht wahrscheinlich so weiter. Ja. Obwohl, es sah doch eigentlich aus wie... Ich glaube, das ist normaler Boden, ehrlich gesagt. Ich brauche das jetzt wieder. Wie kann ich den Fahrstuhl hochfahren ohne dich? Ja, Folie ist schon zurück. Okay, das... Okay. Huh. Ja. Oh, es sind wirklich so viele Blöcke. Es waren solche Lücken. Wahrscheinlich ja darunter zu fallen, war es ziemlich hoch. Es war spaßig, auch wenn die dunklen Level nicht die kurzen an sich waren. Na, ich fand es ziemlich spaßig. Es war nice, aber eins hätte gereicht. Zuerst waren wir uns über Handgimmick gefreut. Dazwischen habe ich das Gefühl, sie werden uns wieder Bälle in die Hand drücken. Und ich habe keine Lust darauf. Nein, nein, das ist jetzt ein Shooter. Das ist ein Knacken, oder? Yeah. B. Oh mein Gott. Oh, es gibt... Friendly Damage. Wie heißt das? Friendly Fire. Friendly Fire. Vorsicht. Was ist, Mogi? Ich kann beim Springen nicht schießen, kann das sein? Hey, warte mal. Wieso hast du jetzt meine Waffe? Warte mal, wir ziehen uns gegenseitig zusammen. Okay, warte. Pass auf, Johnny. Nein, nein. Mogi, bleib... Wir sind Kirby. Johnny? Ja. Du bist jetzt da, ja? Pass auf, jetzt schieß mich. Schieß mich. Achso! Ich habe Mave dabei. Geh mal weg, ich schieß mir ins Gesicht. Jetzt geh doch weg. Achso. Schieß mir ins Gesicht. Holt mich jemand drüber. Komm mal her. Der olle Fully kann noch warten. Okay. Komm schon, schieß mir ins Gesicht. Oh, ich wollte Fully haben. Ich kann nicht schießen. Ich weiß, aber ich kann nicht, wenn man direkt voreinander steht, kann man sich nicht erschießen. Oh. Das geht nicht. Ich muss irgendwo aufprallen. Achso. Machen wir eine gute alte Brücke. Warte. Bleib stehen, bleib stehen. Geh mal über mich rüber, Mogi. Hä. Yeah. So, und ich hole euch rüber. Das ist so cool. Das ist irgendwie so. Das ist super spaßig. Das ist wie Fernkampf Luigi's Mansion. Keine Ahnung. Das ist voll komisch. Yeah. Machen wir die Knie auf. Ich dachte auch an Mogi's Mansion. Das ist halt auch. Das ist ein echt cooles Feature. Mami, Luigi's Mansion 2 und 3 haben das vor allem, dieses Einsaugen und Wegschießen. Oh. Okay, jetzt kann ich nicht viel dagegen sagen. Okay, Jungs. Maeve, hilf mir. Nein. Oh nein. Nochmal von vorne. Maeve, sorg mich an. Nein, Maeve, nicht Fully. Okay, danke. Aber wie soll ich da wegkommen, ist die Frage. Mit gewaltiger Saugstatt. Shit. Oh, kann so heute am Rand stehen? Okay, ich fang euch auf. Du sollst jemanden auffangen. Naja, ich schütze dich davor, dass du da runterfällst. So, nein, du musst mich jetzt auffangen, Johnny. Ja, eben. Jetzt nämlich Maeve. Ja. Oh, sorry. Johnny, mach auf. Ja. Und ich hab dich. Ach so, das geht relativ weit. Okay. Ja, okay. Wollt ihr mit, oder was? Das muss doch so gehen. Oh, wir können uns gegenseitig anziehen. Okay, schieb mich rüber, Fully. Ich schieben? Oh. Oh, ja, genau so. Nein. Ah, ich wusste es. Nein, da müsste ich schieben. Ich hab mich so sicher gefühlt. Als Teil einer Reihe. Danke, Maeve. Ist das der Vertrauenstest? Oh. Ja, war auch nicht. Das war der Vertrauenstest. Oh mein Gott, wir haben gerade diesen... Was hast du denn gezogen? Wir haben gerade diesen Susi-und-Strolch-Moment. Ja, okay. Okay. Irgendwie so scheint das zu funktionieren. Trag mich rüber, Maeve. Okay. Moment, das gibt keinen Sinn. Ich muss dich rübertragen. Ja, ich konnte gerade einfach so rüber... Müssen wir uns beide gegenseitig ansaugen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Irgendwie ein bisschen... Ich hab's eigentlich auch angehabt. Okay. Vor allem müssen wir nur einen rüberbekommen und der kann dann die anderen rüber saugen. Ja. So, komm mal mit. Wir haben ja uns da rüberbekommen. Warte, warte, das geht schon. Maeve, fimm mal auf. Ja. Hält jetzt einer Maeve fest und schiebt... Ja, jetzt schiebt... Geht nach rechts. Schiebt mich? Halt Maeve fest. Ja. Ist das nicht Fully los? So, warte. Jetzt könnt ihr uns rüberziehen. Ja. Jungs, nein. Nein, nein. Lauf nach hinten. Nein, ihr braucht nicht laufen. Schiebt mich einfach rüber. Schiebt mich rüber. Fully. Lauf nach hinten, Fully. So. Dankeschön. Ihr musstet mich nicht über den Aftwort halten. Ich hab nicht verstanden, warum ihr nicht einfach Mogi mitgenommen habt. Hab dein Netz geklappt, oder nicht schon? Das haben wir vorhin auch versucht, dann bin ich runtergefallen. Ja, ich glaube auch. Dann müsste ich festhalten. Fest in die Hand. Fest in die Hand nehmen. Handgemengel. Na, dann wieder Schießeisen. Ich glaube, das war falsch. Nein, wir können Block mitnehmen. Nimm mal Block mit. Ich springe. Ha. Das war cool. Jan Mayf. Kann einer den Block... Warte mal, einer muss springen. Oh, oh. Kann einer... Nein, nicht, Mogi. Kann einer für dich den Block einsaugen und dann... Einer darf nur über diese Brücke rüber. Ist doch so gerade gewesen. Nein, einer sorgt den Block, nur einer sorgt den, der den Block eingesaugt hat. Wofür den Block? Fast bin ich auch hier oben. Wo denn? Ich glaube nicht. Den kann man nicht ihm noch einsaugen. Das ist doch gar nicht unser Problem, wir müssen erst mal hochkommen. Oh ja. Okay, dann nehme ich den Block. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Okay. Ich kann nicht schießen, wenn ich direkt an der Wand stehe oder... So, jetzt. Genau. So, nimm ich mit. Ja, genau, das meinte ich. Oh, okay. Und wie schieß ich mich jetzt raus? Vorsichtig. Ah, ja, so. Ah, nice. Ah, du hast die anderen. Ah. Nicht? Okay. Das Problem ist, dass mich noch jemand mitnehmen muss. Ja, Moment. Schießt euch das mal gegen die Wand. Wir können einen Turm bauen. Ja. Oh, dann seht ihr, wie viel besser wir jetzt in sowas auch geworden sind. Warte mal. Müssen wir dich... Spring einfach runter und einer von uns wird dich treffen. Ja, genau. Wir springen jetzt... Dann schießt Fully bitte auch nach links. Und so weiter und so fort. Fully schießt du auch nach links. Oh! Wir kriegen mehrere Chancen. Ja, das Gefühl, viele Geschöße auf einmal gehen nicht. Spring du doch einfach in unsere Kugeln. Was soll ich wissen, wann ihr eure Kugeln immer abfeuert? Ja, das ist so. Die feuern halt echt langsam. Ja, ich hab das Gefühl, so viele Projekt hier auf einmal kann das Spiel nicht anzeigen. Bei mir sah das voll normal aus. Ich kann das immer nicht einschätzen. Das sah bei mir ganz wenig aus. Okay. Ja, dann sorry. Ist ein bisschen träge mit den Kugeln, ja. Da kann ich nicht viel machen. Ist eine schwere Kugel schieben. Na ja. Komm mal her. Okay. Zehn. Neun. Achtzig. Sieben. Sechs. Was bitte? Was bitte? Was bitte? Ich hoffe, mich auf die Schalte zu schieben. Wier. Drei. Zwei. Eins. Tjuu. Es kommt wieder zurück, okay. Geht jetzt jemand mal hoch? Wollen wir da mal hoch? Ja. Ja, wie denn? Ja, wir brauchen noch drei dafür. Das kann man doch nicht zu zweit machen. Hey, würdest du uns ansaugen? Ja, komm, okay, doch, so hätte man es machen können für mich da drauf. Na klar. Und jetzt ich. So, werkt man auch den Schalter? Warte. Warte. Das legen wir da rauf, Mogi. Mogi. Ja. Danke. Sehr gut. Oh, den wird er jetzt nicht mehr... Mogi Katze. Warte. Der Mogi macht das schon. Danke. Ich muss ich nicht auf die falsche Seite laufen von dem Pock. Lauf über mich rüber, bitte. Danke schön. Also, ich weiß nicht, was ihr auf die Platte macht. Mogi nicht fully holen wollte. Hui. Oh, wait. Ihr macht ja auch, was muss das machen. Ich glaube, wir brauchen den Block dafür, oder? Warte, warum bin ich jetzt weggeschoben worden? Wo ist das der Block? Warte, Johnny. Wir müssen den Block nicht auf den Schalter schieben. Alles gut. Also, es war eh falsch. Okay, dann gehen wir mal drei hoch und einer drückt. Ey, Jungs. Ich hab dich, ich hab dich. Das sei erst, sonst hätten wir keinen. Das ist viel Verantwortung, die ich hier gerade habe. Ja, das ist schlimm. Das schaffst du. Oh. Jetzt. Flieg mal so ein bisschen. Los. Ja, wer eckt hier wieder den Schalter? Und wir brauchen noch einen Abholdienst. Ich hole den hier nicht. Wer macht denn jetzt schon wieder? Wer geht ins Lehrerzimmer? Dieser Jonathan, der keinen Führerschein hat. Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin nicht der Einzige hier, der keinen Führerschein hat. Ups. Du bist der Einzige, der einen hat. Was hat mir für einen Führerschein? Nee. Das Seepferdchen hat scheinbar nicht gereicht. Komm mal rauf. Warum? Oh. Ähm. Ähm. Ja, die Ze... Maeve, ich würde da noch nicht rübergehen. Maeve. Reicht mich? Reicht mich einer? Was? Reicht nicht einer? Ich dachte, einer reicht vielleicht. Wofür reicht einer? Nein. Komm, du schaffst mich. Ich warte hier. Ihr macht das schon. Aber okay. Ich will aber auch hoch. Wir wollten genau die selbe Rolle einnehmen. So, ihr seid da ready? Ich weiß schon, dass du den Block hast. Wir sind nicht ready. Doch, eigentlich schon. Okay, Maeve, du hast den Block nach rechts. Okay. Oh, oh, ich bin auf dem Block. Alles gut. Okay, nice. Der hat ein bisschen Momentum, wenn du loslässt. Vorsichtig. Oh, wie eklig. Der hat ja noch Schwung. Oh Gott. Hör auf mich fest zu saugen. Lass mich nicht los, Maeve. Maeve, hast du mich? Ich hab dich gar nicht. Ja, hab mich jetzt mal. Sonst fall ich hier runter. Danke. Moggi? Sehr gut. Was? Sonst wäre ich runtergefallen und gestorben. Nein. Doch? Ich war genau in der Lücke. Ich wäre weggeblieben. Ich glaube nicht, dass da eine Lücke ist. Okay, dann... So, das ist jetzt... Die Richtung gefällt mir überhaupt nicht. Yeah. Oh, da ist eine Lücke. Äh, können wir bitte runter... Runter, runter von dem Fahrstuhl. Okay. Das ist ein tiefer Krater hier. Nämlich ein Revenger. Da gab es auch einen tiefen Krater. Wir müssen... Achso, einer muss ja noch runter. Ja, okay. Menschenskinder, ey. Das dauert auf jeden Fall nicht... Das muss schnell gehen jetzt. Vor allem müssen wir jetzt auch direkt abspringern. Ja. Auf der anderen Seite. Ja. Lauft einfach runter mit uns auf den Kopf. Okay. Okay, perfekt. Folie hat nicht vertraut. Sehr gut, Jungs. Ha? Nice. Folie hat nicht vertraut. Er ist gesprungen. Nee. Ich habe schon wieder nochmal rausgeguckt. Hallo. Kommt ihr jetzt? Oh, das ging schnell eigentlich. Ja, das war eine gute Welt. Das war aber auch spaßig. Das war ein sehr, sehr schönes... Jetzt ist da alles drin, was wir jemals gemacht haben. Das ist wirklich so. Oh, shit. Okay, Maeve kann das dann... Das ist beim Schalter. Warte kurz. Wie wäre es, wenn Maeve auf jemanden springt? Warte mal. Genau. Auf deinen Kopf. So rum. Bis mal so, mal so rum. Mal sieht man sie und mal. Mal wieder nicht. Äh, gehst du mal runter? Ah ja, Maeve kann ja nichts passieren. Äh, warte. Folie, schiebst du mal den Block runter von mir? Folie, du bist der Einzige, der... Nein, shit, das ist Maeve. Ich hätte den Block respawned. Ich habe Folie und Maeve verwechselt. Achso. Also, ich glaube zumindest, der Schalter respawned den Block. Irgendwer... Oh. Wer hat Maeve-Dienst? Maeve-Dienst. Jetzt ich, weil ich dann eben... Ah, nee, jetzt ist Folie, der... Weiß ich, ich habe A gedrückt. Und ich dachte... Keine Ahnung. Oh, es ist wieder Maeve. Okay. Was ist dieser hüpfende Block? Ich weiß auch nicht. Der wird zurückgesetzt, oder nicht? Oh ja, damit wir es mal... Okay. Mit, falls wir das machen. Ah. Oh, ich habe eine Idee. Stell den Block mal hinten hin. So. Yeah. Geh mal weiter rechts, Folie. Oh. Mein Gott. Ich glaube, ich muss auf den Block und da muss einer auf den Schalter gehen. Wieso ich denn jetzt hier wegkomme? Nie wieder. Nein, der Maeve kann noch weiter. Nein, Leute. Leute, unser Goal ist doch... Schieb keiner nach dem Block nach rechts schieben. Schieb man nach rechts im Block. Ja. Es gibt nur einen, der noch nach rechts schieben kann. Johnny ist da. Achso, ja. Ich musste erst mal selber drüber nachdenken, was unser Ziel ist. Jungs, Vorsicht. Äh, Maeve, spring mal über mich rüber. Warte, Folie, geh mal rüber. Aber dann spring. Nein, nein, spring mal... Rechts, wenn ich da hoch kann. Achso, nee, du hast recht. Geh doch mal auf die andere Seite einfach kurz. Ich kam nicht rüber, ich bin hängen geblieben. Maeve, du musst hinter mich. Nee, du musst auf mich drauf... Nee, das geht auch nicht, ne? Am besten, ich glaube, es wäre einfach zu machen bei dir. Ja, beide gemeinsam springt. Oh Gott. Warte mal. Ich weiß nicht, was dieser springt im Block. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Er baut sich eine Brücke. So, und schieb hier rüber. Was? Schieb Maeve... Wir müssen doch genau wie vorher. Ihr müsst mich schieben. Nee, das bringt ja auch nichts. Leute, die anderen sind doch auch hochgekommen. Ich muss doch nur mit Maeve die Pestze tauschen. Maeve, Maeve, geh nach links. Shit, warte mal, wie machen wir das? Es ist wirklich so schwer über den Block drüber zu springen. Wie meinst du das, Moggi? Der ist Maeve einfach um Wohnen geht und Johnny über den Block drüber springt. Wieso, dann sprich ich doch in den Laser rein. Wir müssen halt alle rechts vom Block sein. Wie kriegen wir Johnny jetzt rechts vom Block? Kannst du doch auch nicht ganz... Ist das zu hoch, wenn man so springt? Ups. Ist das zu hoch? Sag mal. Wir müssen alle rechts vom Block. Auf jeden Fall. Oh ja, jetzt bin ich das hier. Sonst kann sich jemand anders damit rumplagen. Stell dich auf meinen Kopf. So, und ihr holt jetzt den Block und ihr bleibt rechts vom Block. Das ist völlig egal. Nein, 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 nein. Nein, nein, was macht ihr da? Lass den Block da ganz rechts. Was tut ihr da? Johnny kann jetzt rüber springen und den Block nach links schieben. Oh, das geht doch. Okay. Warum macht ihr den Block hier auf diesen Schalter? Wofür? Ich weiß es nicht. Johnny, jetzt geht er rüber. Spring auf den Block. Au. Entschuldigung. Entschuldigung, wir hatten es. Warum macht Johnny nicht den Weg frei? Welchen Weg? Okay, pass auf. Was ist der Plan? Okay, pass auf. So. Ich nehme jetzt den Block, ja? Ich schiebe den Block runter. Ich nehme ihn mit. So, ich schiebe ihn ab da. Nein, der muss da nicht hin. Warte doch, Mann. Lass den doch da. Nein. Nein, 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 nicht ganz da dran. So, lass es. Moggi, geh hoch. Hä, das ist doch dasselbe Problem wie eben. Und jetzt kriegen wir Johnny nicht mehr weg, weil wir es wieder verkackt haben. Sag mal, Fully, du hast doch gar keine Lösung. Doch. Ich habe auch mal in Zweifel daran, dass Fully eine Lösung hat. Aber wir hatten es vorhin auf jeden Fall, bis Fully gerade gesproken ist. Ja, wir hatten es eben und dann ist Fully den Laser gelösung. Ja, genau. Und auf einmal. Springer auf einen Kopf. Nein, niemand will das andere machen, außer Fully. Geh mal auf den Kopf von Fully. Nein, wir haben genau das gemacht. Und dann hat Johnny einfach den Weg nicht mehr frei gemacht. Nein, Fully, wir wollten den Weg gar nicht frei machen. Warum denn nicht? Wir bist doch da hoch. Oh mein Gott, wir legen den Block dahin, um da hoch zu kommen. Und jetzt springt. Oh, oh, oh. Johnny, geh nach links. Maeve, geh runter, ja. Das war nicht geplant, aber. Ja, einfach runter. Der Johnny nimmt ihn schon. Johnny, springe und nehme den Block mit. Ich verstehe nicht, wofür. Ich verstehe nicht, was er da macht. Wir können ihn springen lassen, damit Johnny einfach drunter durchlaufen kann. Wieso muss ich jetzt unter Durchlaufen? Ich muss ganz links bleiben. Was heißt hier, wir können ihn springen lassen? Ich muss links bleiben, um euch zu schützen, die ganze Zeit über. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich weiß nicht, warum Johnny sich nicht einfach auf den Würfel stellt, worauf er warnt gerade. Ich weiß es wirklich nicht. Wieso auf den Würfel? Wie soll ich denn dann da hochkommen, da hinten? Ja, indem du über den Würfel da hinten hoch springst. Du kannst den Würfel wieder da rüberschieben. Ja, jemand muss ihn von meinem Kopf runter schieben. Jemand wie du zum Beispiel. Warum ganz... Ja, nein. Au. Mach voll liegen. Der Blöfel muss dann links und Johnny muss auf dem Würfel stehen. Sorry, ich dachte, ich bin damit. Ich meine der Schildmann. Warum bin ich nie der Schildträger? Warum bin ich nie der Schildträger? Johnny. Johnny. Achso, ja, sorry. Die Nerven liegen blank, du reißt dich jetzt besser zusammen. Geh mal da weg. Es kommt rüber. Kommt doch rüber. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Nein, warte, warte, stopp, stopp, warte. Wie kann das sein, dass wir es eben hatten? Weil der Würfel links sein muss. Und links schiebt der Schildträger auf den Würfel. Dann hast du den Block komplett komisch weggeschoben. Und dann schiebt der Schildträger, wenn alle drüben sind, den Würfel nach rechts. Ja, okay. Ja. Geht rüber? Achso, okay. Der Würfel geht nicht mehr weg von der... Der einzige, der links vom Block bleiben darf, wenn der weit links ist, ist der mit dem Schild. Ja, klar. Ja, und das war das, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Aber irgendwie geht ihr die ganze Zeit immer links davon. Nee, an der einen, wie ist das zum Hacken wirst und dann bist du in den Laser gesprungen. Immer auf den Kopf jetzt. Sag mal, wie du bringst den Würfel rüber? Johnny schiebt den Würfel runter oder sonst jemand. Nee, ich muss den runter schieben, oder? Nein, nein, nein. Der muss auf jeden Fall links runter. Der muss ganz links runter. Genau. Ja. Und da bleibt jetzt schon nicht stehen. Geht's jetzt drauf. So. Mein Gott, endlich. Geht auch schon. Ich verstehe die Lösung immer noch nicht, aber vielleicht macht's gleich Sinn. Jetzt schiebt mir den Würfel rüber. Ihr sterbt, wenn ich das mache. Ihr müsst erstmal weggehen. Ach ja, genau. Ich muss irren. Das dauert echt lange, den zu schieben. So, jetzt gehst du drauf und weil Maeve links, äh, rechts vom Block ist, kann er jetzt da rüber. Und du kannst ihn jetzt genug... Machst du bitte mal rüber. Der Maeve ist safe. Ja, trotzdem. So, der wird den Würfel nicht runter. Komm auf meinen Kopf. Oh. Genau. Das war ein simples Ende soweit. Gut, das war eine Geburt. Eigentlich war es auch ein sehr simples Rätsel, aber jeder hat es irgendwie anders verstanden. Ich hab's versucht, euch so zu erklären, aber irgendwie... Die Folie hat's so, die Folie, wo ist das richtig? Ich hab die ganze Zeit gesagt, wir müssten rechts vom Block bleiben. Das ist ein Ventilator. Boah, ist mein größter Fan. Was war das jetzt? Färntreffen. Was wird das Ding umdrehen? Wir haben schon was vergessen. Ähm. Was? Schon. Warum ist das so langsam? Oh Gott. Das bisschen... Das werden nur die unteren verschoben. Nee. Nein, jetzt nur der oberen. Oh, das ist gut so. Wir müssen jetzt einen Turm bilden. Jo. Vorsicht. Okay. Gott. Sorry. Man kann gegen schieben und dann festhalten. Aber wenn niemand davor ist, geht das nicht so gut. Alles unter Kontrolle, Jungs. Okay, okay, wir haben's. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber... Wie die Zoll brauchen? Ey, wir gehen nach oben. Geh mal... War links noch eine Tür? Geh mal nach links. Ah, links noch eine Tür? Ich mein, rechts ist auf jeden Fall nichts. Natürlich. Da geht's noch weiter. Wo ging's noch nichts weiter? Beim Fan. Nee, da ist die Tür. Im Endeffekt vollkommen recht. Okay. Ich hab gesagt, dass die Tür links ist. Oh, sorry. Aber ich dachte... Ich dachte auch, dass auf dem Ventilator... Das ist noch weiter nach rechts. Ja, auf dem Ventilator springen, das war mir sehr suspekt. Ja, stimmt. Der rotiert ja. Oh, nein. Oh, yeah. Oh, ist so schnell. Es bewegt sich. Oh. Oh, die Musik ist super. Alles fühle ich. Autsch. Fully! Er hat es zu sehr gefühlt. Oh, ich glaub, das ist hier so ein Level, wo man sich gegenseitig hassen kann. Irgendwann... Das glaub ich nicht. Das bin ich erst. Nee, nee, nee. Seht ihr's bisschen von dem Moon-Film aus Darktiles inspiriert, oder? Ja, ne? Also, das fühlt sich so an. Ja, mich erinnert es noch an irgendwas anderes ganz stark. Ich komm aber nicht drauf. Wenn's richtig losgeht... Ups. Ja, das klingt ein bisschen so, aber dieser Anfang... Der Anfang klingt nach nichts, ehrlich gesagt. Nach nichts... Es ist einfach nur... Ja, das erinnert mich übel an irgendwas. Ja, an deinen ersten Keyboardstunden. Bist du sicher, dass du so weit hinten sein willst? Unterschätzt dich die Schwarmintelligenz. Soll ich so nicht so weit vorne sein? Nein, das war einfach nur ein Einzelgänger. Ach so. Wenn wir uns alle eingereiht haben, dann gehen wir immer nur auf das, was der andere macht. Sehr. Stimmt. Uh, sehr gut. Boah. Du warst getroffen. Dann fliegen wir weiter. Jetzt wissen wir aber wenigstens, wie das da abläuft. Hä, wird Maeve das überleben? Warum Maeve? Nee, sehe ich. Ja, ich bin Volli. Oh. Das war knapp. Ups. Ich muss auch nicht vorne fliegen, mega. Da fliege ich vorne. Was für ein Vorflieger. Oh, es ist doch, es ist Zufall. Ich fliege trotzdem vorne. Mhm. Ich bin der Captain. Ist das Zufall? Nee, doch nicht. Nee. Da habe ich ein bisschen übersteuert. Übersteuert? Soll ich mal übersteuern? Oh nein. R.I.P. Headphone Users. R.I.P. Das steht für Ruhe in Frieden. Nein! Was ist mein Lieber? Manchmal ein Schritt zurückzufliegen ist nicht verkehrt. Das sehe ich schon. Wir haben ja echt eine Flugprofessor. Also, nicht so wie ich machen, okay. Es ist nicht so gesund, gegen diese Dinger zu fliegen, glaube ich. Das macht mich so nervös, weil es hinten fliegt. Die sollen wir vermeiden. Was? Wie ist es, wie wir den Schlüssel immer so weitergeben? Mhm. Och, komm schon. Jetzt hat Mogi übersteuert. Hat sich das bewegt? Nee. Wir schaffen das. Hey, kleb mir da nichts hinten dran. Hey. Mach mal Platz. Oh Gott. Mach selber Platz. Das ist mein Schlüssel. Bin ich ein Hund, oder was? Vielleicht. Komm schon, irgendwann musst du es lernen. Ey, ich habe das so oft schon geschafft. Du bist da eben verregt. Ich fliege jetzt vor. Lern es einfach nicht mehr, ein Schritt zurückzufliegen. Ich fliege jetzt vor. Herrlich. Soll ich das gleich mal machen? Mogi, du bist viel zu weit. Nein, das schaffe ich. Du warst so nah am rechten Rand. Ich will erster sein. Wieso fliegen wir allgemein nicht ein bisschen weiter hinten? Ja. Ja, das meine ich doch gerade die ganze Zeit. Ja, Fully hat ja auch recht. So ist es ja nicht. Fully hat den Schlüssel gehabt. Er wurde also durchgereicht. Einfach einmal. Unglaublich. Mythos of Gaming bietet dir den Schlüssel an. Akzeptierst du? Nee. Ich würde ihn akzeptieren. Oh, es ist ein Johnny-Level. Oh Gott, lauft. Was? Wieso ist ein Johnny-Level ein Scrolling-Level? Johnny liebt Autoscrawler. Ja, der hat immer so, oh Junge, Autoscrawler sind meine nicht. Warte. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge. Aber. Das war einfach nur Fully. Das war einfach nur mein Fehler. Wir brauchen da einen Speedturm, glaube ich. Nein, der letzte muss ja sonst irgendwie. Das ist ja für uns Singleplayer-Level. Nee, das klappt nicht. Tschüss, Junge. Okay. Ähm. Ich glaube, man muss ja klappen. Richtig an der Kante abspringen, nämlich so. Wir nutzen den Sprung-Frame-Buffer aus. Okay, das klappt. Geht ja wirklich. Nee, das geht überhaupt nicht. Nee, das geht nicht. Hä? Wieso sagen wir, das geht, wenn es keiner geschafft hat? Ja, das geht. Ich glaube, das schaffen wir. Und jeder fällt in den Tuch. Hä? Ich dachte gerade, du wüsstest, wovon du redest. Sonst meint es, oh ja, das geht. Ihr springt alle auf mich, okay? Ich hab das so gar nicht gesehen. Nutzt mich als ein Trittbrett. Und dann? Oh! Das ist ein Schalter. Okay, das muss also einer rüberspringen. Ich glaube, das schafft man auch alleine. Ich versuch's jetzt alleine. Ja. Das sollte eigentlich gehen. Ja, doch, das stimmt. Das klappt. Das sah so gut aus. Das klappt. Das muss eigentlich klappen. Oh Gott, ich bin gelb. Nein! Da ist das TH von was? Thanks for playing. Das ist TH von Thanks for playing. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das müssen wir noch nicht ausfinden. Nein! Warum? Gleich haben wir Pico Park geschafft. Vielleicht steht auch einfach The Idiot. Wisst ihr, wie wir es geschafft haben? The Idiot. Pico Bello. Wie, Idiot? Oh Gott, was ruckelt es jetzt gerade so? Spring, Mogi. Maeve! Es soll ja spannend bleiben, ne? Ich glaube, da stand Thaddeus. Tortellini? Taddle! Oh mein, hä? Ich stand zu weit links. Ich bin so knapp an. Ja, ich muss gerade sagen. Boah! Der am letzten Frame abspringt, dann schafft man das auch alleine. Tevus! Warum? Wieso schaffe ich das nicht? Vielleicht auch, wenn einer springt. Ja, ich weiß. Okay. Ganz ruhig. Einsprung nach dem anderen. Ein Fuß vor dem anderen. Das geht auch für dich, Johnny. Shit. Das war weh. Ich war nicht da genug an der Kante. Du warst nicht mal fast an der Kante. Ja, ich war komplett überrascht, dass es nicht vorne war und nicht du. Ja, sonst warst du immer, der da an der Kante steht. Ich kann Folie das schon verstehen. Es war eine kleine Identitätskrise, die er plötzlich hatte. Folie? Johnny ist auf meinen Kopf gesprungen. Nein, bin ich nicht. Doch, doch. Ich wusste, dass wieder jemand hier reinfällt. Irgendwann passiert es immer. Da fang ich voll selten rein, ja? Alter, stell dir mal vor, ihr müsst das zu acht spielen. Oh mein Gott. Alter. Alter. Hast du jede Spieleranzahl andere Level? Ich glaube nicht. Ich denke, die werden einfach nutzen. Ah, ich glaube auch nicht. Ich habe das Gefühl, man hat auch immer, äh, wir haben auch... Können wir das schon vorstellen? Nein. Oh, bitte. Thank you. Thank you. Ich habe das Gefühl, auch bei den Zweispielermatches hat man so durchgewechselt, dass von acht Spielern, äh, dass vier Teams sind. Ja. Oder? Ich glaube auch. Was? Das war bei dem Zweispieler, den ganzen Tag, wo es so durchwechselt, dass, glaube ich, äh, vier Zweierteams rauskommt, wenn man mit acht Spielern spielt. Ja. Ganz vorsichtig, ganz. Sehr gut. Uff. Au. Sehr schlecht. Oh, hier ist so ein Don. Diesmal bin ich auf den Kopf gesprungen, aber ich dachte, er würde ja auch schon zum nächsten. Nald Duck. Hä? Hä? Sag mal, ist das Donatello von den... Von den Ninja Turtles? Von den, äh, von den, äh, halbwüchsigen mutierten. Ah, ha, 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 ha. Ja, halbwüchsigen mutierten. Oh, für Ninja gibt's... Mir gefällt das hier gerade überhaupt nicht. ...Krieger. Äh. Traitioneller japanischer Krieger. Das wären wir Samurai wahrscheinlich. Nooooch! Das ist ein gefährlicher Sprung. Und Push? Nooooch! Ja, das ist... Push ist jetzt nicht zu weit. Push it to the limit. Da kommt noch auf wieder die kleine Pugopusche. Da hinten. Yeah. Yeah! Herr Malf. Ja? Der will denselben Fehler machen wie ich. Malf ist auf Fully's Kopf gesprungen. Gar nicht. Nee, das war ich. Ach so. Du bist auf sein eigenem Kopf. Nies mal. Er hat auf sein eigenem Kopf gesprungen. Nö, nö, das war mein Fehler einfach. Aber sonst bist du auf meinen Kopf gesprungen. Ach so. Schau mal, wie gut ich inzwischen im Erkannten halten bin. Ja, das stimmt. Du bist Mogi. Richtige Kante. Du bist doch gar nicht Johnny, die Kante. Ja, das ist richtig Edgy. Hey. Ich bin Johnny, die Kante. Mogi, Mogi, mach's dir nicht ganz so schwer da hinten. Hey. Nichts ist zu schwer für mich. Hey, Mann. Es kommt schon, als ob wir ins Ziel gehen, ohne zu sehen, was passiert. Ja, das stimmt. Es war so. Oh Gott. Ich dachte, es wurde sich in Gelb gewesen. Ich meine, kommt schon, als ob ihr das letzte Level machen wollt, das den Don't Push Button hat. Wenn sie fertig und sagen, ja gut, keine Ahnung, was der Button gemacht hat. Tschüss. Wir sind ja nicht aufgesprungen. Vielleicht wäre da auch ein Feuerwerk gekommen oder so. Moment, Mogi, es gab ein ganzes Level, was uns erklärt hat. Ja, du chaotischer Maniac. Ich wäre fast gestorben. Danke. Ja, Malfi ist gestorben. Hä? Das war wegen ihr. Aber wieso hundertst du mich runterschubsen? Nee, nee, du hast nach rechts gedrückt, während du auf meinem Kopf warst. Ich schreis gar nicht, um danach geschubst zu werden. Äh, ich habe Joghurt im Rucksack. Nicht schubsen, ich habe eine Granate im Rucksack. Oh, das ist hasse ich. Eine Granate im Rucksack zu haben? Granatsplitter. Die Reste von dem Kuchenzeug zusammengemischt. Ja, Granatsplitter. Yeah. Let's go, Mogi. Nein. Und noch ein letzter Blender. Was? We did it. Und Johnny ist mir nur dreimal auf den Kopf gesprungen. Und jetzt kommt die Secret World. Und ich habe es gern gemacht. Du würdest es wieder tun, oder? Nein. Pico Park. Sonst brauchst du mir aus deinen Kopf noch. Congratulations, Online-Mode. All level clear. Wir sind der Online-Mode. Wir helfen uns. So. Online-Mode, all level clear. Dankeschön. Oh, Teco Park hat Pico Park entwickelt. Und der Level-Programm-Art war Teco. Wer hat den Song gemacht? Oh. Und das war der Last Park. Hako. Und, äh. Das sieht so komisch aus, wenn man hilft das mal. Special Things, Pixel Art Park. Ich möchte einfach mal sagen, da ist, äh. Pico Pico Café. VGM Ghetto. Das Video Game Music Ghetto. Ach du Scheiße. Da hört man keine Bergmusik aus Videospielen. Gute alte Bergmusik. Da hört man nur Ghetto-Musik aus Videospielen. Mhm. Wie das hier gerade. Ne, da wird Videospielmusik systematisch abgeschoben. Oh Gott. Yoshi's New Island Title Theme. Es war nicht gut, aber das hat es auch nicht verdient. Okay, und das war, das war, äh, Pico Park. Press Menu Button. Mensch, das ist ein wunderschönes Ende. Äh, spaßiges Spiel. War es wirklich? Ja. Dank fürs Spielen. Dank fürs Mitmachen. Ja. Ich weiß noch nicht, warum Johnny so schlecht drauf war. Ich würde aber sagen, äh, wenn ich die Malte nicht sagen, es gibt ja ein Level, das, äh, ohne welches das Spiel besser gewesen wäre. Ja, das eine Level kann einfach zur fucking Hölle fahren. Es bleibt, äh, es bleibt eurer Fantasie überlassen. Ich werde es nicht aussprechen, aber das Level weiß, dass es gemeint ist. Mhm. Aber, äh, ja, danke Jungs, dass ihr meinen Spielvorschlag doch angenommen habt. Bitte. Kein Ding. Warte mal, das war dein Vorschlag? Nächstes Mal ein Spiel wäre mein Spielvorschlag. Es war, es war, es war Jollys Vorschlag, ich hab ihn gesagt. Ich hab ihn aber wieder auf den Tisch gebracht. Ja, das war, Maze fand ihn gut. Ich fand Maze, äh, Beitrag am besten, deswegen. Sehr gut, alle hassen Jony. Nein, ich hasse dich nicht. Aber gut, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Aber ich hasse dich. Tschüss. 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 Tschüss.